Da seid ihr wieder. Hallo allerseits. Mein Name ist Robert und ihr schaut zu bei meiner Schnellenummer mit AMC. Wir haben heute den 4. März 2021 und ich habe eine Weltpremiere für euch im Gepäck. Und zwar nicht das Rezept, was wir heute machen. Wir machen heute einen Gemüse-Kartoffelkuchen. Rezept findet ihr wie üblich unter diesem Video oder auf einer meiner Social Media Seiten. Ich habe auch schon ein bisschen was vorbereitet, aber die eigentliche Premiere findet sich hier. Nehme ich unsere neue VisioTherm, der neue AudioTherm und die App, die das Ganze steuert. Dazu wird ihr in den kommenden Tagen bestimmt noch einiges hören, aber ich fange damit an. Also mein erstes Video mit unserem neuen System. Bevor ich anfange zu labern, ihr kennt das schon von mir, fange ich lieber an zu kochen. Ich heize auf und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Könnt ihr das sehen? Die App sagt gleich Bescheid, dass der Topf aufgeheizt ist. Und das bedeutet, dass wir anfangen können zu backen. Und da habt ihr einen neuen Sound. Ah, ist das cool. So, jetzt quittieren wir wie üblich, nehmen in diesem Fall der AudioTherm runter, weil ich will anfangen zu backen. Das bedeutet im Klartext, dass ich den Topf gleich umstelle. Und zwar habe ich schon vorbereitet Backpapier. Da fülle ich jetzt unsere Kartoffelmasse rein. Das ist mein Hund und im Rück hört man auch noch meine Frau, der versucht meinen Hund, also unser Hund, zur Ruhe zu kriegen. Aber so ist das. Auch beim Filmen. Da haben wir einen ordentlichen, leckeren Kuchen vorbereitet. Ich nehme das Ganze drüber im Deckel. Nehme der Navigenio, dreh die um auf einen Strich und schalte jetzt. Und das ist das Spannende. unseren VisioTherm wieder ein. Und zwar auf Backen. Und das Ganze wollen wir jetzt ziemlich genau machen. Für 10 Minuten. Und das kann ich jetzt eingeben in der App. 10 Minuten Backzeit. Wie sage ich immer so schön, ich habe fertig. Der Rest geht von alleine. Wir sehen uns gleich. Ich habe gerade mal reingeguckt. Ich habe den Kuchen relativ dick gemacht. Ich glaube, die Backzeit reicht nicht ganz. Das Schöne ist, ich könnte jetzt hier drauf verstellen. Oder auf der App. Und das mache ich jetzt. Ich erhöhe nochmal um weitere 5 Minuten. Das heißt, von zwei auf sieben. Und tadaa. Das läuft. Backzeit ist erstmal fertig. Ja, das sieht gut aus. Darüber kommt jetzt unseren Käse. Und ich habe zwei Sorten Käse. Wir haben hier auf dem türkischen Markt, haben wir so einen wahnsinnig leckeren Käse zum Streuen dazu. Und dazu noch ein bisschen Bergkäse. Also ich denke mal, das dürfte relativ lecker werden. Und um abzurunden, schwarzen Sesam. Man gönnt sich ja sonst nichts. Na, wir gehen hier wieder drauf. Auf eine Stufe. Anschalten. Auf Backofen. Die Zeit eingeben. Fünf Minuten. Ich liebe den Abend. Ich kann es nicht hin. Bis gleich. Riechen tut es gut. Ausschauen tut es gut. Wir sehen uns gleich. Zum Probieren. Das ist immer der schönste Moment, das Probieren. So sieht es aus. Mein Kuchen ist so ein bisschen auseinandergefallen, weil ich das nicht richtig rausgekriegt habe. Aus dem Topf. Mh. Mh. Boah. Kartoffeln, Möhren, Lauch, Spinat, die Käse, der Sesam. Ein Gedicht. Dann sagt mal eins, Vegetaris soll nicht schmecken. Viel Spaß beim Nachkaufen. Stay in Tots für den Deutsch. Bleibt gesund. Und bis bald. Ciao, ciao. Innen. Gut. clerant. Cheers. Dr.